Der neue deutsche Meister in der Tischtennis-Bundesliga-Saison 2014 heißt Borussia Düsseldorf. Borussia Düsseldorf wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Und hier sehen wir die Mannschaft beim Feiern. Danny Heister, Ole Nauert, Patrick Baum, Christian Süßach, Hunter Kamal, Timo Boll und Riccardo Walter haben verdient die deutsche Meisterschaft 2014 gewonnen. Hier sehen wir Timo Boll gegen Ruben Filus. Und gleich den ersten Matchball kann er hier nutzen und fuhr standesgemäß die 1-0-Führung für die Mannschaft aus Borussia Düsseldorf ein. Hier nochmal in der Zeitlupe. Erste Rückhand topst du mit Fehlrotation. Und das bringt ihm gleich den Sieg. Achanta Kamal gegen Bangchi, die Nummer 1 von Fulda Marvazel. Wollte da nicht nachstehen in seinem Match gegen Achanta Kamal. Konnte er sich auch unterm Strich mit 3-0 durchsetzen. Hier sehen wir den Matchball. Damit stand es 1-1 zwischen Fulda Marvazel und Borussia Düsseldorf. Und man war gespannt, was die dritte Partie im Duell zweier Nationalspieler zwischen Patrick Franziska und Patrick Baum bringen würde. Hier Patrick Baum beim Aufschlag gegen Patrick Franziska. Und das war er einmal mehr. Diesmal auch der Matchball für Patrick Baum. Gleich verwandelt. Eine ganz hervorragende Leistung für Patrick Baum. Die 2-1-Führung, die so wichtige 2-1-Führung für Borussia Düsseldorf. Und das war quasi die Steilvorlage für Timo Boll, der im vierten Einzel Bangchi gegenüber stand. Und Patrick Baum hier mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck, der hier die 2-1-Führung für Borussia Düsseldorf sicherte. Und Timo Boll blieb es vorbehalten. Der Fels in der Brandung, der Punktegarant für Borussia Düsseldorf. In einem Spiel auf Augenhöhe. Fuldas Nummer 1, Wang Chi, niederzuringen, niederzukämpfen. Die beiden schenkten sich nichts in diesen drei Gewinnsätzen. 2-2 lautete es, bevor dann am Ende sich Timo Boll im fünften Satz beim Stande von 5 zu 5 absetzen konnte. Hier schön herausgespielt, geduldig zu Ende gespielt. Timo Boll und der Jubel der Mannschaftskollegen kannte keine Grenzen. Borussia Düsseldorf unterm Strich verdient deutscher Mannschaftsmeister. Gratulation auch an Fulda Marberzell und an über 3.000 Zuschauer in der Fraport Arena in Frankfurt, die tollen Tischtennis-Sport geboten haben. Und ich denke, jetzt darf nach dieser hervorragenden Leistung Borussia Düsseldorf zu Recht feiern. Und wir freuen uns schon auf die kommende Saison mit weiteren Duellen. Hier noch einmal Bilder, Jubelbilder von dem Finale, von der Feier von Borussia Düsseldorf. Ich denke, so wird es auch in Düsseldorf heute noch weitergehen. Mir hat es Spaß gemacht, heute für Sie zu kommentieren. Ich bin Richard Brause, bis zum nächsten Mal!